Willkommen zum The Smarter E-Podcast. Für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Im Individualverkehr scheinen die Würfel für batterieelektrische Fahrzeuge gegenüber Wasserstoffbetriebenen weitestgehend gefallen. Beim Schwerlastverkehr dagegen sehen viele Wasserstoff eindeutig im Vorteil. Batterien für LKWs wären entweder zu schwer oder zu schwach, was entweder zu geringer Nutzlast, zu geringer Reichweite oder zu zu langen Ladezeiten führen würde. Doch ist das so eindeutig? Wie sieht die Rechnung aus, wenn man den technischen Fortschritt, den Faktor Infrastruktur und vor allem die Wirtschaftlichkeit mit in die Waagschale wirft? Welche Antriebsart setzt sich dann langfristig im Schwerlastverkehr durch? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Christopher Hecht vom Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe an der RWTH Aachen. Hallo Herr Hecht. Guten Tag, freut mich. Wir sprechen ja heute über den Schwerlastverkehr. Wo beginnt denn eigentlich der Verkehr schwer lastig zu sein? Das ist tatsächlich eine gute Frage und es besteht keine wirkliche Einigkeit bei dem Thema. Es gibt viele, die sagen ab 12 Tonnen. Es gibt einige, die sagen nochmal was schwerer, nochmal was leichter. Tatsächlich für die Diskussion, die wir heute führen werden, ist es fast interessanter, welche Anwendungsgebiete ich habe, weil das für die beiden Antriebsarten viel, viel spannender ist, ob ich eben weit fahre oder nicht. Okay, also die Reichweite steht im Vordergrund. Wir haben ja in einer der letzten Folgen mit der Agora Verkehrswende gelernt, dass Wasserstoff bei PKWs offenbar nicht mehr das Thema ist. Es sollen ansonsten Verluste eingefahren werden, so wurde das vorgerechnet. Wie sieht es jetzt Ihrer Einschätzung nach beim Schwerlastverkehr aus? Also beim PKW würde ich grundsätzlich zustimmen. Beim Schwerlastverkehr liegen die Karten etwas anders, kann man sagen. Zum einen beim PKW sind wir in einem sehr emotionalen Bereich. Also es ist eine Entscheidungsgrundlage für einen PKW-Kauf, ist selten rein rational, was brauche ich denn tatsächlich, sondern da spielen immer andere Faktoren noch mit rein. Im Schwerlastverkehr ist das Ganze deutlich wirtschaftlich getriebener. Der Schwerlastverkehr ist grundsätzlich ein sehr margenarmer Bereich. Die Spediteure fahren mit relativ geringen Margen und müssen deswegen sich für eine wirtschaftliche Lösung entscheiden. Und das heißt, hier ist quasi die Situation eine andere an der Stelle. Und da habe ich beim Wasserstoff grundsätzlich fundamentale Nachteile, einfach weil ich die Umwandlungsverluste habe. Also ich muss aus Strom Wasserstoff machen und ich muss aus Wasserstoff wieder Strom machen. Und dabei geht Energie verloren. Das kann ich nicht ändern. Deswegen ist es wahrscheinlich aus meiner und unserer Perspektive, dass zumindest alles, was einfach zu elektrifizieren wird, auch elektrifiziert wird. Einfach weil ich fundamental diese Hürde habe. Das heißt, alles, was irgendwie an Auslieferfahrten zum Beispiel, wenn ich irgendwie in einem Fahrzeugdepot bin und ich fahre in einem beschränkten Umkreis und so weiter, das wird auf jeden Fall elektrifiziert. Beim Schwerlastverkehr ist die Messe noch nicht gelesen an der Stelle. Auch da würde ich vermuten, dass ein Großteil elektrifiziert wird. Aber hier sind noch größere Unsicherheiten, was denn technisch machbar und sinnvoll ist. Und vielleicht nicht ganz unwichtig, Kosten und Preise sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das heißt, nur weil ich mehr Energie brauche und da vielleicht höhere Kosten entstehen, heißt das nicht notwendigerweise, dass das auch auf die Preise durchschlägt, weil andere Preiskomponenten eine Rolle spielen, die eben anders gelagert sind. Okay. Gehen wir da nochmal ein bisschen mehr rein. Also ich habe ja so ein kleines amerikanisches Elektroauto in der Einfahrt stehen. Das hat auch schon 80 Kilowattstunden Kapazität. Aber das reicht wahrscheinlich für den LKW nicht. Vielleicht mal zunächst, mit welchen Zahlen arbeiten wir denn da? Wie viel Kapazität hat so eine LKW-Batterie, wenn wir sie jetzt elektrifizieren? Wie groß wäre die und welche Reichweite, von welcher sollen wir da mal ausgehen in der weiteren Überlegung? Das lässt sich relativ einfach herleiten. Also die Zahl vorneweg, wir werden uns in einem hohen dreistelligen bis niedrigen vierstelligen Kilowattstundenbereich bewegen. Darauf läuft es häufig hinaus. Das Ganze kann man nachrechnen, wenn man sagt, ein LKW verbraucht so ungefähr 100 bis 115 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, Pi mal Daumen. Und ein LKW fährt zwei Schichten pro Tag. Und die sind jeweils 4,5 Stunden lang. Das heißt, ich habe 4,5 Stunden, 100 kmh und komme dementsprechend auf 450 Kilowattstunden in den jeweiligen Schichten. Das wären 900 Kilowattstunden. Dann ist jetzt die Frage, wie weit überdimensioniere ich, damit ich zum Beispiel, wenn ich gerade mal nicht nachladen kann oder wenn es irgendwie besonders kalt wird oder wenn die Batterie altert, noch ein bisschen Puffer habe. Aber irgendwo in der Größenordnung von vielleicht 800 Kilowattstunden, 1000 Kilowattstunden, 1200 Kilowattstunden. Je nachdem, was das Anwendungsfeld des batterieelektrischen LKWs ist. Das ist dann so 10 bis 12 Mal das von meinem kleinen Elektroauto in der Einfahrt. Das wird ganz schön groß und schwer, oder? Das ist wahr. Das ist nicht leicht. Es gibt verschiedene Modellrechnungen, wo man da am Ende landet. Es gibt von Transport Environment eine ganz gute Studie, die das auf 4,2 Tonnen beziffern für quasi alles. Also das ist vor allem das Batteriepack, aber auch Motor und dergleichen. Fällt aber beim batterieelektrischen LKW nicht wirklich ins Gewicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist nicht wenig. Aber wenn man das dann vergleicht, auch bei einem Diesel-LKW wiegt der Motorblock plus Kupplung, Getriebe und dergleichen auch 3 Tonnen. Also auch da ist einiges an Gewicht, was man durch die Gegend fährt. Das heißt, wir haben eigentlich nur 1,2 Tonnen mehr Gewicht durch den batterieelektrischen Antrieb. Jetzt spricht man ja beim Elektroauto, jetzt im Pkw-Bereich immer davon, dass das Gewicht gar nicht so entscheidend ist, weil man ja durch die Rekorporation auch ein in Schwung gebrachtes Gewicht wieder nutzen kann, um die Batterie aufzuladen. Gilt das auch für den LKW? Ja, allerdings in einem etwas begrenzterem Maße. Es hängt vom Anwendungsfeld wieder ab, aber wenn ich jetzt die klassische Langstrecken-Schwerlastverkehr-Lkw-Fahrt auf der Autobahn nehme, dann habe ich quasi keine Bremsphasen. Ich fahre mehr oder weniger durchgehend mit 80 oder 100 kmh und deswegen ist die Rekorporation an der Stelle nicht so gewaltig und fällt nicht so ins Gewicht. Was aber tatsächlich ins Gewicht fällt, das ist nicht ganz unwichtig, ist, dass die EU für Fahrzeuge, also für Null-Emissionsfahrzeuge, das sind eben batterieelektrische LKWs und Brennstoffzellen-LKWs, zwei Tonnen zusätzliches Gewicht erlaubt. Das heißt, die extra 1,2 Tonnen, die wir eben ausgerechnet haben, wären damit abgedeckt. Das heißt, wir haben de facto keinen Verlust an Ladegewicht, unabhängig davon, welche der Lösungen wir jetzt nehmen am Ende des Tages. Okay, jetzt haben Sie vorhin ausgerechnet, dass wir zweimal 4,5 Stunden fahren und damit entsprechend weit kommen, aber dazwischen gibt es ja eine Pause. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass man in der Pause einfach lädt und dann vielleicht in der Zeit sogar die Batterie wieder voll kriegt und dann bräuchte man nur eine halb so große. Ist das realistisch? Ja, also halb so groß wahrscheinlich nicht. Man wird immer noch ein bisschen Puffer brauchen, aber ja, man kann da einiges sparen, gerade wenn wir davon ausgehen und das wird nach aktuellen Plänen in der Politik der Fall sein, dass wir ein ausreichendes Ladenetz in Europa bekommen werden, relativ zeitnah. Da spielt der sogenannte Megawatt Charging Standard eine Rolle, der MCS, der eine absolute Voraussetzung ist, das ist notwendig, das ist wichtig, um eben genau diese Pausen zu nutzen. Also wir haben vorgeschriebene Pausenzeiten von 45 Minuten. Realistischerweise wird man die nicht vollständig laden können, das heißt man wird vielleicht eine halbe Stunde davon laden können, 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem. Aber selbst wenn, ist das ja durchaus einiges an Zeit und da kann man mit dem neuen Standard tatsächlich auch eine Batterie wieder zu großen Teilen nachladen und diese 450 Kilowattstunden im Prinzip wieder in die Batterie zurückbringen. Und da sind ja auch im PKW-Bereich immer viele theoretische Zahlen unterwegs. Man lädt ja nicht von 0 auf 100 und man lädt auch nicht permanent mit der höchsten Ladegeschwindigkeit, sondern da gibt es ja eine Kurve und insofern bräuchte man etwas größere Batterie als die Hälfte, aber man müsste auch nicht bei 0 immer anfangen, man fährt den ja nicht bis 0 runter. Korrekt, genau. Und auch da kann man sich dann auch die Ladeleistungen, die man dafür bräuchte, relativ gut mit einer Daumenrechnung abschätzen. Wenn ich sage, ich habe eben diese halbe Stunde ungefähr, muss in dieser halben Stunde 450 Kilowattstunden nachladen, sind das im Schnitt 900 Kilowatt und dann eben genau diese angesprochene Kurve wird es geben. Das heißt, die Spitzenlast wird nochmal darüber liegen, wo genau hängt dann von der Zellchemie und verschiedensten anderen Faktoren ab. Aber realistischerweise werden wir da etwas über einem Megawatt landen. Und das sind diese Megawatt Charging Stations. Wie weit gibt es die schon und wie viel können die dann wirklich in der Spitze leisten? Tatsächlich gibt es die noch nicht. Der Standard ist quasi fertig und wenn man den Masterplan Ladeinfrastruktur sich anschaut, steht dort drin, dass für Q4 diesen Jahres eine Ausschreibung geplant ist, analog zum Deutschlandnetz, was vielleicht einige der Hörer und Hörerinnen kennen. Das heißt, dort wird ein Grundnetz in Deutschland geschaffen. Analoge Entwicklungen gibt es auch in anderen Ländern, wobei Deutschland hier an der Stelle extrem wichtig ist, weil es ein Transitland innerhalb von Europa ist und dementsprechend quasi für viele Routen Ost, West, Süd, Nord relevant ist, dass es eben in Deutschland diese Infrastruktur gibt. Es ist noch nicht klar, wie schnell diese Ausschreibung dann laufen wird und wie schnell dann die Aufbauten kommen. Ich persönlich rechne damit, dass wir irgendwo Mitte 2024 ein solches Netz sehen werden. Und zusätzlich gibt es heute schon Bemühungen auf dem aktuellen CCS-Standard, das ist quasi der, den man auch für Autos benutzt, solche Netze aufzubauen. Das ist dann nicht ganz die Ladeleistung, da schafft man vielleicht 200 Kilometer in dieser Pause. Aber auch das ist schon mal etwas, wenn man eine etwas überdimensionierte Batterie hat und quasi nur noch so eine Art Top-Up braucht und nicht die volle Energie für den nächsten Fahrzyklus, kommt man damit auch schon was weiter. Und da gibt es einen Korridor, der vor kurzem eingeweiht wurde von den Niederlanden runter Richtung Schweiz zum Beispiel. Da gibt es einiges. Sie stecken ja in der Zellchemie, glaube ich, auch drin und kennen sich da gut aus. Beim Pkw ist ja immer die Diskussion, wenn ich viel schnell lade, dass dann die Batterie schneller degradiert und nicht so lange hält. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich die mit einem Megawatt belade, das könnte ja dann dazu führen, dass diese teuren Batterien auch ziemlich schnell kaputt gehen. Oder sind da im Moment Entwicklungen, die das vielleicht begünstigen? Tatsächlich ist es, so wie wir das aktuell absehen, beim Lkw sozusagen entspannter als beim Pkw, weil am Ende das Verhältnis wichtig ist. Wenn ich mir angucke, ich habe heutzutage Fahrzeugbatterien im Premium-Segment von vielleicht 80 bis 100 Kilowattstunden und da kann ich bis zu 300 Kilowatt an Leistung reinbringen. Dann habe ich quasi da ein Verhältnis von 1 zu 3 ungefähr oder 1 zu 4. Wenn ich die Lkw-Batterie nehme und sage, die ist in der Größenordnung 600, 700, 800 Kilowattstunden, das wäre ja schon die kleinsten mögliche Auslegung, bin ich da eher in einem Verhältnis von 1 zu 1,5, 1 zu 2. Das heißt, wir sind von der Belastung durch den einzelnen Zyklus tatsächlich niedriger. Nichtsdestotrotz, wenn ich täglich meine Batterie schnell lade, das passiert im Pkw wiederum ja nicht, gibt es dort gewisse Alterungserscheinungen. Das wird passieren. Das heißt, man muss da natürlich auch schon beim Fahrzeugdesign, aber das passiert auch, darüber nachdenken, dass man die Batterie tauschen kann, um eben eine längere Nutzungsdauer zu ermöglichen. Wobei man auch da sagen muss, auch heutzutage werden Lkw's nicht unendlich lange, auch die klassischen Diesel-Lkw's auch nicht unendlich lange genutzt. Ich habe letztens die Zahlen nochmal nachgeguckt. Aktuell sind Lkw's im Schnitt so 8,5 Jahre alt ungefähr. Können natürlich deutlich länger mit entsprechender Wartung, werden auch dann in einem Zweitmarkt nochmal deutlich länger genutzt. Aber es sind Zeiträume, die für beide passend sind. Jetzt kann man ja entweder kurz und schnell laden oder lang und langsam. Das wäre dann, dass auf den Raststätten einfach langsame Lader sind und man über Nacht dann in der Pause dort lädt. Ist das ebenfalls eine Überlegung? Ja, auf jeden Fall. Wir gehen da eher in den Bereich von vielleicht 100 Kilowatt Pi mal Daumen. Wenn ich eine Standzeit von 8 Stunden oder dergleichen annehme, komme ich da am Ende bei einem ähnlichen Energieübertrag raus, beziehungsweise kann dann mit einem solchen Ladegerät eine volle Tagschicht ungefähr abdecken. Ist tatsächlich von den Infrastrukturvoraussetzungen durchaus herausfordernd, muss man sagen. Auch, weil ich heutige Ladeinfrastruktur nicht direkt für LKWs nutzen kann. Da werden wir uns noch intelligente Lösungen überlegen müssen, weil einfach der Parkraum, den so ein LKW einnimmt, deutlich größer ist als bei einem PKW. Das heißt, wenn ich eine Ladestation heutzutage für einen PKW gebaut habe, kann ich die nicht wirklich so weiter nutzen. Weil ansonsten wäre es eigentlich ein ganz gutes Fit, weil die Schnellladestationen für PKWs wiederum nachts quasi nicht genutzt werden, weil kaum jemand nachts lange Strecken fährt. Das heißt, da wird sicherlich einiges passieren, dass man schauen kann, dass man dieselben Einrichtungen auf zwei verschiedene Art und Weise nutzen kann. Natürlich, dass alles, was hinter der Ladestation selber ist, kann weiter genutzt werden. Also wenn ich es schaffe, LKWs schnell zu laden, dann schaffe ich es auch mit derselben Netzinfrastruktur, sie deutlich langsamer zu laden. Und zum Verständnis, wenn immer so als große Gefahr heraufbeschworen wird, dass in einem Wohngebiet die PKWs alle gleichzeitig laden und dann geht das Licht aus, das ist natürlich bei den jetzt angesprochenen Megawatt-Ladern und wenn ich mir so einen Parkplatz voller Lastwagen vorstelle, da sind wir noch in ganz anderen Dimensionen. Das ist sicherlich technisch eine Herausforderung, aber verstehe ich das richtig, das Wohngebiet gibt es halt schon und diesen Rastplatz oder diese Zuleitung kann man halt vielleicht noch neu bauen und anders ausrichten. Ist das der Punkt? Ja, wird man auch tun müssen. Also da kommt man nicht drum rum. Das ist aber tatsächlich bei Wasserstoff und bei batterieelektrischen LKWs gleich. Wir haben in beiden Fällen fehlt uns die Infrastruktur. Wir werden bei den batterieelektrischen LKWs auf jeden Fall eine Verbindung ans Hochspannungsnetz umsetzen müssen. Da kommt man eigentlich nicht drum rum von den Leistungen her, perspektivisch zumindest. Unabhängig von allem anderen haben wir ja ohnehin das Problem oder die Herausforderung, dass wir mehr Stellplätze für LKWs bereitstellen müssen. Das ist auch mit klassischen Dieseln heutzutage schon ein Problem, dass die nirgendwo parken können. Das heißt, wenn wir eh diese zusätzlichen Kapazitäten bauen, können wir sie direkt so bauen, dass sie nah an einer Hochspannungsversorgung sind. Und dann ist es wiederum quasi pro Ladeeinheit oder pro Kilowatt gar nicht mehr so dramatisch. Was man vielleicht da direkt mitdenken kann, um das noch kurz hinterher zu schießen, ist, dass wenn man diese Installation baut, man idealerweise direkt erneuerbare Erzeugungen mit dazu denkt. Hat den Vorteil, ich habe eh das starke Netz. Meistens sind Rasthöfe eher ländlich, gerade die, die von LKWs genutzt werden. Das heißt, da habe ich häufig auch den Platz, um zumindestens mal eine Photovoltaikanlage hinzubauen. Bei Windrädern ist es etwas schwieriger wegen dem Schattenwurf und dann eben der Autobahn. Aber zumindest Photovoltaikanlagen sollte ich dazu bauen. Passt auch vom Erzeugungsprofil extrem gut zu den Schnellladeprozessen. Dementsprechend kann ich mir da quasi die Hälfte der Arbeit sparen, im gewissen Sinne. Ja, den Strom dorthin bringen, wo er gebraucht wird, könnte man natürlich jetzt auch an Oberleitungen denken. Gibt es da auch Überlegungen, dass man die kompletten Autobahnen elektrifiziert? Gibt es, gibt es. Die Konzepte werden auch schon seit einer Weile diskutiert. Es gibt auch erste Teststrecken, in denen das erprobt wird. Die Herausforderung ist, dass das Ganze mit einem hohen Anfangsinvest belegt ist. Also ich habe bei klassischen Schnellladestationen einen vergleichsweise geringen Invest relativ zu, ich muss quasi die komplette Autobahn mit einer Oberleitung ausstatten. Das Gute daran ist, dass ich wahrscheinlich nicht alles ausstatten muss, sondern es reicht quasi ein Kernnetz, mit dem ich schon mal einiges abdecken kann. Die Strecken, die nicht elektrifiziert sind, müsste ich dann über noch eine kleine Onboard-Batterie bewerkstelligen. Aber nichtsdestotrotz reden wir hier von hohen Invests und einer großen Unsicherheit, ob sich diese Technologie durchsetzen wird. Und das Ganze macht nur Sinn, wenn ich wirklich direkt ein großes Netz habe. Deswegen bin ich persönlich etwas skeptisch in diese Richtung. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, die NOW hat vor wenigen Tagen die Ergebnisse von Cleanroom-Gesprächen veröffentlicht. Und auch da zeigt sich, dass auf Seiten der Hersteller das Interesse eher gering ist, in diese Technologie zu gehen. Und man eher sich entweder rein auf batterieelektrisch oder batterieelektrisch und Wasserstoff fokussiert. Jetzt gerade zum Thema Logistik oder Infrastruktur wäre natürlich nochmal der Vergleich zu ziehen mit dem Wasserstoff. Also klar, die Oberleitungen sind jetzt der größte Aufwand. Aber wenn wir jetzt die Ladestationen für batterieelektrisch betriebene LKW vergleichen mit Brennstoffzellen-LKW. Wie sieht es da aus im Vergleich? Beides nicht trivial, muss man direkt sagen. Wir brauchen in beiden Fällen eine zusätzliche Netzanbindung, sei es ein Wasserstoffnetz oder ein Stromnetz. Auch da, wenn wir wirklich in Skalen und in größere Mengen gehen, werden wir den Wasserstoff nicht per LKW anliefern, sondern wir werden ihn über ein Pipeline-Netz bereitstellen müssen. Sonst wird das Ganze einfach von der Menge her zu viel. Und das heißt, ich habe Infrastrukturkosten in beiden Fällen. Ich habe bei den Wasserstofflösungen die Herausforderung, dass ich einen relativ hohen Footprint habe vor Ort, weil ich eben den Wasserstofftank brauche. Ich brauche Kompressoren, ich brauche Zwischenspeicherung und dergleichen. Das heißt, ich brauche relativ viel Fläche dafür. Dafür ist dann der Tankvorgang selber etwas schneller. Und dadurch brauche ich quasi weniger Stellplätze, weil ich quasi die LKWs schneller durcharbeiten kann. Nichtsdestotrotz ist der Flächenverbrauch relativ hoch. Und auch vom Zeitlichen her ist es nicht ganz unwichtig, dass ich je nach Größe der Stationen immer noch nachverdichten muss. Das heißt, bei kleineren Wasserstofftankstellen habe ich quasi das Problem, dass ich zwar eine Betankung innerhalb von drei Minuten durchführen kann, dann aber irgendwo in der Größenordnung von einer Viertelstunde warten muss, bevor quasi das Gas wieder nachverdichtet ist, dass ich dann den nächsten Betankungsvorgang durchführen kann. Beim Strom habe ich wiederum andersrum. Ich brauche mehr Stellplätze, weil einfach der Beladungsprozess selber etwas länger dauert. Bin aber, was den ganzen Footprint für den Rest angeht, einen Tacken besser, weil ich eben in Anführungszeichen nur ein Umspannwerk brauche, auch wenn das natürlich auch wieder einiges an Fläche einnimmt. Also ein einigermaßen ausgeglichener Wettstreit in diesem Fall. Sie haben jetzt Footprint immer mal wieder erwähnt. Letztendlich darum geht es ja. Wir wollen ja einen ökologischen Schwerlastverkehr haben. Und da gucken wir jetzt vielleicht nochmal rein, gegen Ende, auf die Fahrzeuge selber. Wenn wir die vergleichen, von der Herstellung über den Betrieb bis hin zum Recycling, was schneidet denn da besser ab? Vielleicht vorneweg erstmal die ganz wichtige Aussage, beide Varianten sind besser als Diesel. Das muss man schon mal festhalten. Tendenziell, wir reden von einer Technologie, die es noch nicht gibt oder die noch nicht zumindest in der Masse erprobt ist. Das heißt, da sind noch große Unsicherheiten, was denn am Ende gewinnen wird. Ich persönlich würde sagen, die Unterschiede sind, wenn man sich rein die Klimabilanz anguckt, oft relativ gering. Die beiden sind relativ naheinander, wenn ich quasi CO2 pro Kilometer oder dergleichen ansetze. Ich habe bei den batterieelektrischen Lösungen den Vorteil, dass ich eben weniger Energie brauche. Das heißt, ich brauche auch deutlich weniger in der Vorkette. Das alles, auch ein Windrad bauen, brauche ich Stahl für und den Stahl zu erzeugen, erzeugt CO2 zumindest noch. Das heißt, ich habe quasi beim Strom die komplette Vorkette reduziert und beim Wasserstoff brauche ich eben einfach mehr Anlagen. Dafür habe ich beim batterieelektrischen LKW die Batterie, die ich bauen muss, die energieintensiv in der Herstellung ist. Es gibt da Unsicherheiten und ich würde behaupten, die Unsicherheiten sind fast größer als der Wert selber. Das heißt, sie liegen recht nah beieinander. Was man aber sagen muss auf jeden Fall, die Annahme in beiden Fällen ist, dass wir grünen Strom nutzen. Und das bedeutet eben, dass ich beim Wasserstoff mehr Anlagen brauche, Faktor 2 aufwärts. Und zumindest wenn man sich so die aktuellen Entwicklungen anguckt, ist es jetzt nicht so, als würden alle schreien, dass sie ganz viele neue Windräder und ganz viele neue Stromleitungen und dergleichen haben wollen, sondern wir haben eher Schwierigkeiten, die Anlagen zu bauen. Das heißt, es gibt da gewisse Fragezeichen rund um den Aspekt, ob wir es denn überhaupt schaffen, so viel grünen Wasserstoff bereitzustellen. Beziehungsweise ob er vielleicht woanders herkommt. Genau, woanders her, aber auch da, die Importoptionen sind nicht trivial. Also allein das Verflüssigen, was ich dann machen muss, wenn ich es eben aufs Schiff bringen will, plus oder alternativ eine Speicherung über chemische Energieträger wie Ammoniak, das ist alles von den Effizienzen her nicht trivial. Die Ketten sind nicht einfach und ich erwarte nicht, dass wir vor, also frühestens 2030, tendenziellen Tacken später, hier Mengen importieren können, die tatsächlich in der Größenordnung liegen, in der wir es brauchen. Vielleicht nur eine kurze Betrachtung zum allerletzten Schluss. Es geht natürlich immer um die Wirtschaftlichkeit, weil wir sind ja da, wie Sie eingangs schon erwähnt haben, nicht in dem emotionalen Spaßbereich, sondern da wird beruflich gefahren. Kann man da einen Vergleich ziehen zwischen Batterie und Brennstoffzelle? Ja, das ist tatsächlich einfacher als bei der Klimabilanz. Man muss vielleicht vorneweg wissen, heutzutage sind die Kosten für ein LKW ungefähr Drittel, ein Drittel Fahrer, ein Drittel Energie, ein Drittel Invest. Und diese verschiedenen Blöcke verschieben sich. Fahrer bleibt gleich. Invest steigt in beiden Fällen. Sowohl ein Brennstoffzelle-LKW als auch ein batterieelektrischer LKW sind deutlich teurer. Energiekosten kann man postulieren, dass sie sinken. In Summe kommt nach den Rechnungen, die ich so kenne, raus, dass ein batterieelektrischer LKW etwa 10 bis 15 Prozent günstiger ist als ein Brennstoffzellen-LKW. Und das ist, wenn wir betrachten, dass Margen in dem Segment irgendwo in der Größenordnung von zwei Prozent liegen, schon sehr, sehr signifikant. Und deswegen spricht an der Stelle vieles dafür, dass die batterieelektrische Lösung da günstiger ist und damit sich auch in großen Teilen durchsetzen kann. Prima, ganz herzlichen Dank für diese vielen interessanten Informationen, teilweise auch überraschend für mich. Danke, Herr Echt. Sehr gerne, sehr gerne. Freut mich. Ja, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, wenn Sie dieses Thema noch mehr interessiert, dann haben wir Ihnen noch einen Link in die Shownotes gepackt, wo Sie sich weiter informieren können. Ansonsten hoffe ich, dass Ihnen auch diese Folge wieder gut gefallen hat und Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Weitere detaillierte Einblicke zu aktuellen Entwicklungen alternativer Antriebsarten finden Sie auf der Power-to-Drive-Europe-Conference vom 13. bis 14. Juni 2023 in München. Infos zu Tickets und Programmen finden Sie online unter www.powertodrive.de www.powertodrive.de Nord Streaming und Nord Streaming Nord Streaming Vielen Dank.